Hey Leute, heute mal nicht vor der weißen Tafel, sondern ich bin am Kölner Hauptbahnhof, bin auf dem Weg nach Berlin zu einem Start-up und wir haben richtig coole Sachen für euch vor. So, Andy angekommen in Berlin, war echt eine coole Zugfahrt, wir hatten schon coole Gespräche, Bildungsrevolution voraus, jetzt geben wir noch was essen und morgen starten wir durch. Guten Morgen aus dem Herzen von Berlin, wir sind mittendrin und jetzt geht's auf zu Printpeter. Wir freuen uns sehr, dass Daniel Teil des Printpeter-Teams geworden ist. Bis jetzt haben wir bei Printpeter kostenlose Lernskripte für Studenten ausgedruckt. Ab jetzt wollen wir das altmondische Lernen neuartig machen. Gemeinsam die Brücke zwischen Offline und Online schließen und Lernen interaktiv leicht machen. Tja, den Mackenschmerz habe ich schon gelöst mit meinen Videos, jetzt habe ich mich gefragt, was kannst du als nächstes machen? Vielleicht Lernen für Studenten so easy wie möglich zu machen, Online und Offline zu kombinieren. Alleine kann ich nicht alles machen und da brauchst du halt coole Teams. Und mit Printpeter habe ich eine super Truppe gefunden, ich freue mich tierisch auf die Zusammenarbeit und seid gespannt, dass wir da basteln werden. Ziel ist es, mit Daniel irgendwo auch das Sprachrohr der Studenten irgendwo zu repräsentieren gemeinsam mit Printpeter. Sprich, dass wir wirklich mit Daniel on Tour gehen und auch von Campus zu Campus reisen, um den Studenten in ganz Deutschland so ein bisschen über die verschiedenen Campuse zu erzählen und was auch wirklich so in den verschiedenen Studentenleben, sei es Studiengang etc. auch so ein bisschen abgeht. Und ich glaube, da können wir echt super spannende Synergien miteinander finden. Also erstmal keine Panik, wenn ihr nicht im Studium hockt und auch nicht studieren gehen wollt. In den nächsten Vlogs erfahrt ihr, was ich auch für Schülerinnen und Schüler mache. Wenn ihr Studentin oder Student seid, ich verlinke euch die Printpeter-Website unten drunter und auch den YouTube-Channel. Der ist ganz frisch und da werden wir jetzt auf Dauer alle unsere Projekte kommunizieren. Vor allen Dingen am Anfang Printpeter on Tour an den Unis. Ich freue mich, euch da zu sehen.